Windturbinen Generator Wendel Windkraftanlage 3 Klingenturbine mit Regler 400 W Kontrollersystem Elektromagnetismus Angefangene Windgeschwindigkeit 1,3 m pro Sekunde Einschaltwindgeschwindigkeit 2,5 m pro Sekunde Nennwindgeschwindigkeit 18 m pro Sekunde Max Windgeschwindigkeit 40 m pro Sekunde Die momentane maximale Windgeschwindigkeit 45 m pro Sekunde Anzahl der Klingen 3,3 verschiedene Farben Rotordurchmesser der Blätter 0,6 m Klingenhöhe M 0,8 m Geschwindigkeitsregulierung Der Wind stellt sich automatisch ein Windreglerspannung 12 V 24 V Nennleistung 400 W Max Leistung 450 W Ener Ator Schutzgrad Ip 67 Temperatur der Arbeitsumgebung 25 plus 4 5 Gewicht der Produktmontage Kilogramm 10 Kilogramm Überdrehzahlschutz Elektromagnetische Bremse Feature Niedrige Vibration Niedrige Startwindgeschwindigkeit Klingenmaterial Preis etwa 315 Euro 5 9 10 23 25 23 25